Einen Vissoir zu benutzen war ein Geistesblitz, Harry. Du musst sehr stolz auf deinen Schüler sein, Horace. Hm? Oh ja, unheimlich stolz. Wir sind uns darüber einig, dass Potters Reaktion heldenhaft war. Aber die Frage ist, wieso war sie notwendig? Ja, wieso? Es scheint mir ein Geschenk zu sein. Weißt du noch, von wem du diese Flasche hast? Die übrigens eine überaus ansprechende Note Lakrit zum Kirsch hat. Bloß leider mit Gift versetzt. Ich hatte eigentlich die Absicht, sie selbst zu verschenken. Und an wen, Horace? Es war ein Geschenk für dich. Wo ist er? Wo ist mein One One? Hat er bereits nach mir gefragt?